Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Half-Life oder eher gesagt Black Mesa mit mir, dem Ingo Viva. Und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, dann weiter in Folge. Wir haben letztes Mal hier stehen geblieben und hier ist so ein komisches Vieh. Und das wollen wir auch nicht verärgern. Darum laufen wir einfach an dem Tier, an dem Vieh vorbei. Aus wie so ein großes Mega-Piranha. Yes, I see it! Was hauled from the Challenger Deep. But I'm positive that... There is a tranquilizer gun in the shark cage. But I'm not sure it would work on this particular species. You're more than welcome to try your hand. Be careful! The creature has developed quite an appetite for raw meat since its arrival. I don't believe for a second that that beast is of this earth. If I didn't know any better, I'd say that it's probably from the same place as those other abominations of nature. Leck mich doch am Arsch. Muss ich da echt rein? In diese Brühe? Oh, da ist ein Pfeil im Bogen. Also lasse ich mich jetzt sozusagen hier runterfallen. Oh, da ist ein Pfeil im Bogen. Haps! Wo muss ich jetzt lang? Hier? Okay, dann löse ich das mal. Habe eh noch Zeit. Noch einer oder was? Noch einer habe ich keinen Bock drauf. Cool. Tidiii. Oh, oh, die geht auch noch lang. Oh, das war das nur. Okay. Nur. Laddaten. Drum Storage Area. Okay, da ist ein Schlagzeug dahinter. Oh, wie viele. Eins. Zwei. Drei. Kommen wir da lang? Nee. Darum brauche ich nicht lang. Ganz. Okay. Oh, das zieht ja mega. Ist auch wieder so ein dickes Vieh hier irgendwo. Ich habe jetzt echt Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass hier irgendwo wieder so ein Vieh ist. Warte. Lass mich mal kurz hier vorbei. Okay. Warte, 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 warte. Ich bin gerade ein bisschen kurz aufgeregt. So, wo ist es denn? Das Problem ist, man sieht das Tier auch nicht, ne? Aber ich wollte ja eh erstmal da drüben hin. Warte. So. Jetzt am besten eigentlich schaue ich das. Ich speichere mal hier kurz vorsichtshalber. Oh, ja. Oh. Wollen wir irgendwas machen? Wenn ich eh schon hier unten bin. Aber jetzt noch eins. Oh. Noch eins. Okay. Da kommt jetzt gleich noch eins. Dann warte ich mich lieber vor. Kein Bock auf Überraschungen bei dem Spiel. Ich bin empfindlich. Ich bin richtig empfindlich. Da kommen wir natürlich hier nicht hin. Aber hier kommen wir lang. So. Okay. Noch mal. Oder doch nicht. Ja. Einmal. Und zwei. Und. Cool. Ich gehe mal nach oben. Und was habe ich jetzt nicht gestartet? Wo habe ich was gestartet? Ah. Diesen Dinger. Jetzt müssen wir da rüberspringen. Wieder so eine Aufgabe, die sehr schwierig ist. Aber alles machbar. Mo. Perfekt. Musik ist immer ein gutes Zeichen. Das heißt, ich bin sehr weit gekommen in diesem Spiel schon. Denke ich mal. Nicht. Komm mal da durch. Kann man nicht. Einmal nachladen, bitte. Okay. 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 Hallo. Oh, du bist ja ganz grau. Warum bist du so grau, Junge? Lässt du mich rein? Danke. Und einmal meine Rüstung wieder aufladen. Cool. Der Suit auf der Opfer. Still, it's better than going naked in this place. It's cold in there, so you'll have to hurry. It could sap your suit power in a matter of moments. If you're bent on reaching the Lambda Complex, then you'll want to keep to the older industrial areas where the security system is full of holes. It's worked for me, so far. Tschüss. Tschüss. Das war's schon. Oh, ich hab keine Mutzpulenzwohnen mehr mit dem Ding. Okay, dann muss ich einen Shotgun nehmen. Ach ja. Gehen wir da mal lang. Oh, ist das dunkel. Aber da, wo es dunkel ist, werde ich auch nicht gesehen. Sollte man denken. Das hab ich natürlich nicht gesehen. Ah, noch mal ein bisschen Leben. Cool. Jetzt noch mal. Ich hab ja nicht mehr so viele Dings bei Dings. Hi. Ah, die sind komisch. Da speichere ich mal lieber. Ich glaube, die sind nicht ohne. Ja, die sind immer so ganz schnell. 죄송北patge. Ja, die sind nicht neu. Oh, mein Gott. Das sind alles Frauen. Uh. Ich hab's echt drüber geschafft. Cool. Okay. Irgendwas müssen wir jetzt hier wieder machen. Den Strom ausstellen. Okay. 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 Ich mach einfach mal Tür zu. Ich weiß echt nicht, wo ich lang muss. Boah, da lang? Dann ist er auf jeden Fall lebt. Ich wollte vielleicht mal hingehen erst. Ähm. Ja. Leer. Da ist ein bisschen offen gegangen. Ist er da vielleicht gegangen? Das wusste ich. Irgendwo hätte ich einen auch, wäre ich K.O. gegangen. Attention, attention. Er wächst bei der Bündchen. Das ist der Mann? Ja. Das ist er. Scott Freeman. Ja. Okay, komm her. Ja. Ich mach mich nicht. Ich mach mich nicht. Ich mach mich nicht. Ich mach mich nicht. Danke, ich mach mich nicht. Das ist er. Dass du mal den Süpremen-Spray? Auf der Bündchen. Auf der Bündchen. Befumpt. Was ist das? Was ist das? Wir haben ihn. LADEN Diese Daten Rüppselchen So Komm Werft mich Automatik medical systems engaged Morphine Administered Haha Du, dass ich das schon kannte Stelle Wären wir jetzt Matschen gewesen Wäre so traurig gewesen Aber ich habe keine Waffe mehr Nichts Ach, können wir doch da lang Fick dir ne Ist auch nicht lang Äh Ich war schon da gewesen Irgendwas übrig geblieben hier für mich natürlich Schönes Warum sind die Typen denn tot? Schlafen die vielleicht? Oh Major fracture detected Cool oder? Nice Wir sind auf jeden Fall jetzt außen Irgendwie so im Außenbereich Und jo Eigentlich sind wir an der Frage Ist das so frische Luft Weißt du, wir sind ja eigentlich Hach Aber nein Wir müssen ja immer wieder reingehen Immer wieder reingehen müssen wir ins Gelände Schönes Sammeln jetzt mal erstmal machen So, auch unten natürlich auch Quick Save Damit es schön ist Schönes Sammeln jetzt mal erstmal machen So, auch unten natürlich auch Quick Save Hä Hä? Tch Warum müssen wir an der Seite gehen? Gehen wir mal an der Seite Ich wollte grad nachlangen Das ist breit reiser Da kommen wir gar nicht lang Hä? Wie ist denn da denn lang? Eine... Ich bin ein bisschen irritiert muss ich sagen Da kommen wir nicht lang Da Na ist ja leise Lichten Bein So schön, dass hier alle Körperteile irgendwo liegen Da ist ein... Da kommen wir nicht Mal nach unten Das müssen wir andrehen. Warte, nun? Ah, es leert sich. Jetzt können wir das an drehen. Und es öffnet sich. Ein geheimer Gang. Und wir wollen jetzt wieder in die Station rein. Wir wollen ja unbedingt in die Station. Anstatt abzuhauen. Nein, wir sind ja gone free. Wir müssen in die Station. Wäre peinlich. Wollen wir nichts machen. Natürlich sind wir wieder drückt. Jetzt haut der einfach ab. Hol das nicht. Wollt grad sagen, ey. Komm, friss das. Oder so. Hm. Ah, eine Pistole. Cool. Ah, jetzt sind wir in so einem Bereich hier. Wo müssen wir denn lang? Wir müssen gleich da unten lang. Nein! Boah, nochmal langer Speichern. Und meinen Anbruch wieder auffüllen. So, dann würde ich aber sagen, machen wir hier Aufnahme, Pause und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Black Mesa. Mit mir, der Ingo Viva. Und es freut mich, dass ihr eingeschaltet hattet. Und wir uns dann natürlich wieder eingeschaltet werdet. Beim nächsten Mal. Auf rein. Tschüss.